Im Labyrinth der Budaerburg befindet sich vier sogenannte Kleinlabyrinthe, eine Labyrinthausstellung sowie ein Projektionsraum, ein Café und ein Restaurant. Am Eingang zu den Labyrinthen steht der Labyrinth oder Seelenführer. Seine Gestalt aus rotem Stein erscheint im Laufe der Steifzüge immer wieder. Die den nicht geometrischen Mittelpunkt der Welt symbolisierende Weltachse ist in zwei Teile zerbrochen, unvollständig. Wenn man aber in ihren Mittelpunkt tritt, dann vervollständigt sich die Weltachse, wenn auch nur für Augenblicke und in dem Mittelpunkt kann sich noch etwas auftun, was Sinn und Geheimnis jeder Labyrinthbegehung ist. Dieses Geheimnis eröffnet sich im persönlichen Labyrinth, das Schauplatz der individuellen Wegsuche ist. Auf den Hüllengängen des urzeitlichen Labyrinths kann man die Kopien der berühmtesten Werke der europäischen Höhlenmalerei betrachten. Durch die Höhlenfresken und Gravuren wird die steinzeitliche Dramaturgie der menschlichen Existenz wieder lebendig. Im geschittlichen Labyrinth erscheinen die bedeutendsten Stationen der Geschichte der Ungarn in symbolischer Form. Der zweigesichtige Schamane mit dem Schamanenbaum. Der mystische Magor mit dem Pfad der Wunderhirschen. Der mystische Höhlenhügel. Der Gewölbesaal aus der Zeit der Arpaden mit den Taufbecken. Der Tartarendurchgang und im Folgen die Renaissance-Felsenhalle mit dem immergrünen Effort. Und den ewig sprudelnden Weinbrunnen. Und danach dann das niederfallende gekrönte Haupt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017